Ja, guten Tag, mein Name ist Renate Metke, ich spreche jetzt aus Katakena. Ich bin in Katakena, Kolombien, in der Sprachschule Nueva Lengua mit meinem Mann. Wir sind nicht zum ersten Mal in einer Sprachschule während eines Auslandsaufenthaltes. Auslandsaufenthalt heißt für uns natürlich auch Ferien. Urlaub machen und in eine Sprachschule hineinzugehen, bedeutet für uns zwei Sachen. Erstens, wir können ein Thema weiterverfolgen, was wir schon vor vielen Jahren, bevor wir Kinder bekommen haben, angefangen haben, nämlich eine neue Sprache zu lernen und zum anderen bedeutet diese Sprachschulen, und bedeutet diese Sprachschule Nueva Lengua hier in Katakena, dass wir eine sehr gute Möglichkeit haben, mit den Leuten mehr in Kontakt zu kommen. Etwas mehr in einem Urlaub, in einem auch völlig fremden Land, ein bisschen mehr an der Oberfläche kratzen zu können. Ein bisschen mehr, vor allen Dingen auch von den Lehrern und Lehrerinnen der Schule, über die gesellschaftlichen Verhältnisse zum Beispiel in Kolumbien zu erfahren. Deshalb ist das für uns eine sehr, sehr gute Art Urlaub zu machen und wir freuen uns sehr, dass wir hier die besten Bedingungen dafür gefunden haben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.